herzlich willkommen zurück zu warframe ja jetzt nach diesen kurzen runden oder schneller nicht dieser schnellen runden von den farmen von systemen wo wir wieder keine bekommen haben ich habe am anfang zu viel glück das sehe ich schon mit nidos vier runden hatte alle teile und jetzt kann ich jetzt krieg kein einziges system mehr jetzt machen wir noch schnell auslöschung ruhr weil wir brauchen das kuba ja ob die waffe war jetzt nicht so gut gewählt hey sehe ich mal kurz die rüstung rein gut das mit dem eliminieren sollten wir ja nicht unbedingt schwer fahren naja so lange kein börser kommt ist ja eh also ok so ich laden mal kurz nach axion drohle weg mit dir sammle ich ja immer noch für eine achwing waffe sollte ich auch mal wieder spielen achwing schauen wir mal vielleicht können wir ja in der runde achwing spielen vielleicht finde ich ja was das war knapp ich muss nach oben ich muss nach oben in ruhe nachladen ziehen ok das tonne ist endlich down gut sei da ups Oh, ich hab's schon gehört, ich hab's schon gehört. Da drüben ist es. Da steht's, da steht's. Und die ganze Wiese da drüben. So, jetzt wird's interessant. Das Ding sieht eigenartig aus. Das saugt was für eine Kugel an. So. Alter, ich seh's nicht. Da unten. Habe ich vor, hab ja jetzt keinen Stress, ne. In der Hinsicht, weil die Jägen sind alle drüben. Oh Gott. Das war scheiße. Aber ich find das so geil, wenn es sich so langsam bewegt. Das sieht so geil aus in Zeitlupe. Super. 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 Und toll eingesammelt. Hier war doch einer von diesen fetten, oder? Haben wir nicht hier ran, bevor ich weggelaufen bin von ihm? Da ist mal irgendwas rüber gesprungen. Alter, der Wächter ist total immer im Bild. iyi. Was geht schief? Was geht schief? Nein, es reicht nicht. Mist. Dit hat nicht gereicht. Oh, es macht schon wieder. Schon wieder nicht. Nee. Jetzt aber. Aua, aua. Okay, den Börsen von vorne anzugreifen war keine gute Idee. Dann hacken wir uns mal kurz rein hier. Zack, 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 zack. Und dann richtig drehen und den Geschicht hat sie geledigt. Und jetzt mal kurz hier rüber nochmal, weil wir haben hier ein paar... ...und diesen Viecher vergessen. Vielleicht auch nur einen, das kann gut sein. Ah, ja. Ja, ich war grad vorne, war ich ein bisschen... ...ich sag's mal, ja... ...bisschen überfordert bei den vielen Gegnern und alles, was da... ...gespawnt ist... ...tötet sie gegen sich nicht bemerkt haben. Wow, mein Wecht... ...mein Dings hat grad eine getötet und das zählt für mich. Das ist nett. Ciao. Jobella. So, jetzt muss der rüber. Ah, das war mein... Okay. Okay. Und dann mal hier rein schnell. Ups. Ich kann meine Kraft hier aber nicht einschätzen manchmal. Das tut mir furchtbar leid. Oh. Nyatan. Ah. Ich hab noch was, was ich machen können. Bisschen Ayatan... ...Ayatan Farmen. Erinnert mich an Key of Gwies. Wo Darks sagt, der hat ihren Freund, der Ayatan heißt oder so. Irgend so was in die Richtung. Glaub ich. Er spielt auf einen Chinesen drauf an, den die Carrier nicht kennt. Das ist doch witzig. So, 125. Die Zeit haben wir noch. Acht Minuten haben wir erst verbraucht. Hallo, da haben wir noch genügend, genügend, genügend Zeit. Die eine Oxym-Drohne, die ist explodiert. Das tut mir auch leid. Das war scheiße. Von mir. 40. Gleich nicht gleich 40. Das ja. Wow. So, 26 Oxym, das ist ganz nett eigentlich. Und sogar ein Oberon-Teil. Und das QA 600, sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken. Uns fehlt ja da... Mir fehlt immer noch ein so'n Ding, ne? Mir fehlt da... Von dieser Waffe fehlt mir noch immer ein so'n Teilchen. Das müsste hier irgendwo zu sehend sein. Unbegrenzte Nutzung finde ich geil. Achso, ja. Das war glaube ich hier vorher auch so. Das Attentat habe ich immer noch nicht gemacht. Weil ich noch die Koordinaten noch nicht habe. Oder nie gesammelt habe. Da haben wir schon einen Dejafrirer. Das finde ich ja super. So, ja. Walzen. Dadi da. Wo ist denn das? Wo ist denn die Waffe? Der Emberhelm. Eine Orockenzelle. Ach. Der Emberhelm sieht aber nicht so geil aus, muss ich zugeben. Der Lokihelm sieht nice aus, der Swindelhelm. Aber da ich Loki noch nicht habe und es mir nicht vergönnt ist, ihn zu farmen, wird das nichts werden. Ja, die Gretler, da bin ich immer noch am Farmen, ne. Da fehlen mir immer noch ein bisschen Oxium. Wrathbone, da fehlt mir auch noch der Griff und auch der Kopf. Auch so Sachen, die noch ein bisschen, das so ein bisschen dauern wird. Das kann man kaufen, aber glaube ich irgendwo. Fürs Drachenlikaner fehlt mir auch noch ein Argonkristall. Die 75 Oxium, die kann ich entbehren. Da, den Oroviews, da brauche ich noch die Klingen. Da fehlen mir jetzt noch ein bisschen Kuba und die Scheibe. Und ich glaube, das kann man alles von diesen, kann man alles farmen, ne. Was war das hier? Ist das eine Waffe? Ah, das ist eine Waffe. Da gibt es nämlich eine Mod in der, von den Dingern. Okay. Ja, ich... War auch schon wieder Auslöschtung oder noch immer, geil. Aber das haben wir ja gerade gemacht und deswegen rüchte ich jetzt mal ganz dreist den Limbo aus. mit der shotgun und der waffe weiß man schon wo ist und auf zu den eier tarn schätzen ich weiß nicht wieso du hast dich in letzter zeit oder musik um die letzte zeit so allgemein einfach so ein bisschen jetzt ich weiß vielleicht genau ja ich will das machen genau ich habe noch heute ein bisschen was vorher ich möchte nämlich diese vier folgen offen wollte ich heute aufnehmen und was ich auf was ich auch noch aufnehmen wollte war ist eine runde in der feld und essen will ich auch noch das heißt nach dieser wochen folge ist wahrscheinlich ihr schluss das heißt gibt es hier folgen da habe ich nur noch vier im rückstand so genau hier kann man auch genau ja gut okay blödes halt ich finde das so geil das ist so geil wie ich das war traumhaft aber der mensch ist schon geil ne so, dann durch hier wie auch immer ich kopfschüsse oh Gott nein, wir wollen die nicht töten nein ich mach mich mal schnell unsichtbar weil ich will die nicht töten ganz entschlossen ich dachte schon, dass dieser Stalker-Verschnitt kommt Gott sei Dank gut, ich kann wieder ihm feste töten Gott sei Dank schön, dass du so ein Vertrauen hast in diese Map na gut, dann los geht's das kann ich jetzt eh schon relativ gut muss ich sagen schön gemütlich, ne? so ein bisschen ich mein ich schätze mal limbo ist nicht so geil drauf wenn er getroffen wird ja, und das das ist viel zu easy wenn man weiß, wie es geht wow ne Orta Skulptur sehr schön ja, aber das hat jetzt noch Zeit ich will mich hier ein bisschen umgucken wie immer natürlich es könnte ja sein, dass hier ich bin immer noch so stolz auf meine Aua so, dann kann ich hier überall durchlaufen, ne? ja ich kann aber auch keinen Damage auf Kisten machen und so so, und raus hier Alter, hör auf da ich kann mich noch erreden, wie ich am Anfang hier tausendmal immer wieder runtergefallen bin und es echt nicht hinbekommen habe Hallo Ladies da kann ich ein bisschen spielen dass ich auf mich gewartet habe das ist so geil mit der Waffe Autsch, Autsch, Autsch Gibt es hier auch einen Tresor eigentlich? der redet sich zu sehen müsste es, ne? so, ich schmeiße mich mal in den Rift und auf ihn mal bis zum Ende Zack Wunderbar die Orthoskulptur müsste boah, da weiß ich das weiß ich grad gar nicht ich glaub Orthoskulptur ist glaub ich die die billigste, wenn ich mich nicht irre aber das macht nichts ich werd die trotzdem vollpumpen mit Ayatan Sternen das ist mal wurscht Zwischenseckens überspringen und das Relay bitte verlassen oder dass es ein Ort hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher wir haben jetzt hier ein paar stehen, ne? wir haben ja hier welche und hier hier könnte jetzt auch noch eine hin Schauen wir mal Skulpturen ja das müsste doch wieder eine der teureren sein ich bin mir aber nicht ganz so sicher ich hab eh so viele von diesen Sternen, das was solls ne das ist nicht eine teure das ist eine billigere glaub ich zack bewegt sich, bewegt sich und BÄM Rennen damit mit dem Ember Stern Tadaa 2700 ich glaub das ist doch eine teure das ist eine teure glaub ich Gucken wir mal ja sieht nach einer teuren aus ich weiß die kann ich dann entweder hier hinstellen oder ich stell sie überhaupt irgendwo anders hin na gut weil wir noch ein bisschen Zeit haben würde ich vorschlagen wir fangen natürlich nicht an irgendwas zu leveln sondern wir machen noch schnell eine Auslöschungsmission kuba mäßig sofern das möglich ist noch möglich ist hier war doch die die war doch hier ne Rettung Attentat Attentat will ich nicht unbedingt machen aber hier Auslöschung finde ich schon ganz geil das haben wir zwar gerade vorher auch schon gemacht aber was soll es wir brauchen das kuba wir können ohne nicht leben dann gehe ich mit dem virus noch mal in diesen Raum rein bevor ich dann aufhöre so Eliminate alle Korpus ich werde das zu Gehst du weg Alter stirb doch meine Fresse meine Fresse diese Drecks Drohne mit ihren verbanden Kugeln wow das hat Damage gemacht ne so wo ist wo ist denn ja da oben rum latschen zumindest ist es nur 26 gegen es ist ja human wird noch 200 sein oder so da unten ist es ok so die kämpfe sich eh gegenseitig ich warte einfach bis der anfängt zu zu saugen komm komm saug Ben das ging wohl schief ja so der lässt mich auch nur von da drüben das heißt es kommt da lang Aua Aua sorry ich muss weg was was Gott sei dank der hat derbe schief gehen können entspann dich hä hä hallo Gott sei dank hätte schief gehen können hätte schief gehen können ist es aber zum Glück nicht so jetzt muss ich dann nach oben irgendwie da ist irgendwo noch ein Gegner da bam ist noch einer von denen wo ist das hier ist auch ein ein Drone ok jetzt können wir wieder weitermachen gut es wurden ein bisschen mehr Gegner nachladen und wechseln ich lass ihn einfach sterben das nachladen der Waffe ist so grausam und jetzt kann ich wieder jetzt kann ich natürlich wieder runter gehen das wird weiter aber wie sich schön nach unten geschraubt hat ist sehr geil hallo hallo was ist denn hier los was ist was ist was ist was ist fest oder was würde man auch erwähnen können ok ok oh mein Wächter ist irgendwann gestorben habe ich gar nicht mitbekommen naja was könnte mal passieren kriegt es eh bald einen neuen Wächter hi hi hallo ich mich schon drauf ja die blonde ist alle kriegt man ja bis an der Meer ja na toll nein so den Börser mach ich jetzt auch nicht fertig irgendwie ja wow ja wow ja 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 na ich kann wieder na was sagt hier Börser sah zumindest zu hause war aber nicht die Drohne die sich halt gerade vorher getötet hat ja so ok passt alle da ja wooo wooo halt muss ich ihn hier runter so aah schön Eiertanskulpturen gefarmt jetzt noch wieder bisschen küber ich meine das die blaue Pause haben wir jetzt immer noch nicht aber das ist nicht zu tragisch zumindest bisschen oxen auch das ist super immer so ein bisschen kein so ein kleines bisschen oxen immer dazu irgendwann haben wir 3500 warum muss das so pervers viel kosten jetzt muss ich mal kurz schauen wir haben jetzt hier ja da irgendwo warte ausrüstung schlüssel den schlüssel schlüssel gehört das nicht ja da braucht jedoch einiges ich glaube die legierungsplatten ich war da schon mal bei 100.000 ich glaube das ist irgendwie so ein bisschen ja das ging mir so ein verlor so taxon ist in arbeit gut sonst habe ich ihnen nichts hier mit das haben wir jetzt kommen schön danach lauf und den griff und dann können wir die waffe bauen bestimmt nicht lange das haben wir sie ja gleich so jetzt würde ich noch gerne hundes weg ausstattung landung schiff dekorationen platzieren so wo stellen wir nicht schönes ding ich weiß einige gehört eine oben hin ich glaube die muss ich oben noch hin ich glaube ich hier oben noch hinstellen sonst wenn das überhaupt geht ich weiß es nicht könnte sein dass ich hier diese seite gar keine stellen kann hier könnte ich noch eine hin aber hier geht es glaube ich gar nicht doch hier hinten aber wer ich wieder in doch eine hinstellen na gut dann wird sie damit sie sich hier irgendwo hin begnügen müssen hier so ich hole noch schnell die anderen setzt sie auch unten hin warum nicht ich kann ja meine einzelne hier hinsetzen sie jetzt nicht so zu denen passt ich setze mich einfach jetzt daneben hin zirka müsste zirka hier gewesen sein so zirka aber umdrehen weil man sieht ja auch die an die komischen kristalle ja ist sogar fast gleich von der höhe her also von der links so sind die alle richtig die sind alle richtig na gott sei dank so haben wir ziehen noch was interessantes alter ernsthaft 27 bis 29 ist halt pervers aber ganz ehrlich habt ihr zeit noch habt ihr zeit noch ich glaube schon oder das machen wir jetzt noch bei den argen kristall den lasse ich den ihm dann lasse ich mir nicht nehmen den gratis arm gestalten abfangen ist für immer scheiße aber das nehme ich das was ich jetzt nicht nehmen so los 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 alter doch das lang so und der nächste los 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 gegen konflikt ernsthaft okay vergisst dass ich sehe da ich sehe da keinen um einen konflikt zu lösen ja ich weiß so ich will mir die 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 gerade ein sind die so gemein und nehmen die gerade ein klatschen den einen mal ist konnte ich nicht mehr da klängen so sie nehmen gerade nichts ein bis dich so delta einnehmen a verliere ich gerade hole ich mir das auch wieder ich bin ja nicht so auch gott die haben weh auch schon die sind fleißig jungs das könnte doch mal eine spannende abfangen mission werden ging es uns zu anderen die wenige gut liefen c wäre ganz geil wenn ich das wieder hätte c können sie von mir sogar fast haben muss ich zugeben gut die nehmen gerade nichts ein doch b ernsthaft das sieht gut aus nein nehmen die irgendwas ein ne gut da kann ich mir das hier holen konflikt ist halt scheiße hier ne alter verkiß es d ist scheiß zum einnehmen die wunde könnte das jetzt aber nicht sein oder oh gott meine fresse die geben ja richtig gas ja einfach ein nach dem anderen einnehmen immer wieder dann klappt das schon delta zu neutralisieren ist echt schwierig da nehme ich lieber was anderes ein ist für mich einfacher und leichter also wenn ich da jetzt rumgurke und versuche das d einzunehmen dann sollen die halt d behalten ja ich krieg das konflikt nicht weg weil ich nicht sehe weil ich nicht sehe wie dieser scheiß gegner sind damals ja ja wir haben es das sieht gerade nicht gut aus wir haben halt ohne viel zu tun sofort immer einen frauen doch einfach das könnte lang dauern haben sie sich aufgeschnappt wieder was nehmen sie jetzt wieder ein sie wusste stift jetzt einfach mal wenn ich was hast du einfach nur nachladen kompon 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 nimm zumindest mal am anfang die ein das ist etwas was ich dann eh nicht mehr kriegen werde aber ich muss verhindern dass sie die einnehmen vielleicht schaffe ich das irgendwie ich meine ich habe jetzt sicher nicht hier weg ja konflikt ok das läuft zumindest mal nehmen gerade gar nicht sein ok gar nichts schön am anfang die einzunehmen nein 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 ist dich und a ist auch gerade in gefahr ein bisschen konflikt aber gehört mir dann jetzt läuft es gut die runde läuft verdammt wenn sie sich grundsätzlich immer auf die spezialisieren da kann ich das jetzt zumindest abfangen man ist nicht alles auf einmal aber naja Oh, Bombardier war hier auch gerade fähig. So, geil, sie wollen nur Bier einnehmen, äh, die, das ist super. Da kann ich nur gewinnen gerade, könnte sein, dass ich gerade eine A schnappen will, nö, nö, die haben keinen Bock auf was anderes, ah, der Bombardier, exo, ich habe vor, dagegen zu töten, ja, da oben läuft er rum, ciao, war's das, yes, ah, und meinen Argenkristall, meinen Wohlverdienten, und sogar eine Orokinzelle, wow, geil. So, das hat jetzt 41 Minuten gedauert, die ganze Folge, vielleicht mache ich zwei draus, mal gucken, aber was mir jetzt ganz wichtig ist, kann ich eingeben, Argon, dann wird mir alles angezeigt, wo man einen Argonkristall für braucht, und das einzige, wo man, das hier, bräuchte ich einen Argonkristall, das fällt aber flach, weil ich hier die Legierungsplatten brauche, Netzer, für Netzer bräuchte ich auch noch das Teil, das fällt jetzt aber auch mal flach, weil ich will gern das Drachen Nikana machen, und da brauche ich das normale Nikana und, tja, das ist die Karnav wieder für Leute, ja, geht schon, ja, stell's her, los geht's, wunderbar, okay, dann würde ich mal sagen, was das jetzt für dieses Wochenende für Warframe ist, es war eine Folge mehr, das heißt, ich bin nur noch vier Folgen im Rückstand, ich werde es irgendwann aufholen, vielleicht mal mache ich drei, vier unnötige Levelrunden, nehme ich einfach auf, ohne Kommentar, einfach nur Level, nein, mal schauen, also ich sag viel, vielen Dank fürs Zuschauen, und tschau, bis zum nächsten Mal, baba!